Heute, am ersten Tag des Kontaktverbotes, scheint die Sonne. Es wird Frühling und trotzdem ist alles anders. Die Menschen weichen sich aus. Sie tun das übrigens nach meiner Beobachtung sehr diszipliniert. Auf diese Weise versuchen sie, die Verbreitung des Coronavirus so gut es geht zu stoppen. Ja, es ist schon merkwürdig, wenn man so alleine gehen muss. Wenn man aufpasst, niemandem zu nahe zu kommen. Aber da erinnere ich mich an dieses wunderbare Psalmwort, das da lautet, von allen Seiten umgibst du mich, Gott, und hältst deine Hand über mir. Ja, auch wenn wir zur Zeit nicht umgeben sind von Menschen, so ist doch Gott uns nahe. In den Häusern, in denen wir uns aufhalten. Oder auch draußen, wenn wir alleine unterwegs sind. Das ist für mich sehr tröstlich. Und was für ein aktuelles Psalmwort in diesen Zeiten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, bleiben Sie zuversichtlich und vor allem auch bleiben Sie gesund.